ARD Text im Auftrag von Funk Alter! Christ on a bike! How many of you are there? Beruf Jezoth! Beruf Jezoth! Wie du aussiehst! Ach du siehst mich auch? Mhm Ohh! Alter was ist das da?! Die ultimative Amerikaner Waffe... Holy molly alt... Ach du Scheiße, okay, kein Problem. Wo sind sie da? Bäm! Das habe ich natürlich nicht durchlesen, wie man damit umgeht. Ach, da gibt's doch die Mega Racketen. Mit der rechter Maustaste schiehst du mir die Ultra Rockets? Alter, die Waffe ist, ja wohl, der absolute crazy Shit ey Vor allem, wie der mehr jubelt als auf dem Armband. Ist das alles hier? Ach komm ey, ich kann doch gar nichts. Oh, jetzt kommen aber einige. Alter. Das ist ja wie bei Space Invaders hier. Alter, das ist so laut gerade ohne Scheiß. Ja, das ist das bei mir geradeaus. Wer ist denn hier noch? Alter, wie der hier einfach alles platt macht. Ja, komm ey, es kann doch nichts. Weg damit. Alter. Ich bin schon mal. Verst du zu lassen? Oh, aus! Ah, ja! Ich bin im ra, ich bin im Roman. Was ist das? Ist das? Weil du dieses Only in der Schatten gehenstern? Ich bin aber, ich bin so klein. Das ist einfach mal. Hab' dich zu lassen. Runter von meinem Rasen Gleich mal ein Fight Ist jetzt gleich der Endkampf danach zu spielen zu Ende Auf jeden Fall, das war's Der ist so riesig Kassel Oh nee Wie overpowered ist das denn? Ist das so mies, Mann Ja, deine eisliche Fresse Alter... Okay, du bist jetzt auch nicht so hübsch. Der Sehnsflügelgeschäft! Alles klar, fortfahren. Rumschaft freigeschaltet, Oberzerstörer. Das... Was ist das denn? Ach ja, das ist diese Welt... Ah, was ist das? Wie läuft der denn? Das ist diese perfekte Amerikaner-Welt. Stimmt, wir sind jetzt in der... Ey, ich will auch da rutschen. Oh mein Gott. Oh, ist das geil! Das ist richtig geil, ey. Richtig, richtig geil. Oh, sind wir geil. Ey, warum hast du das Spiel pausiert? Keine Ah... Ah, jetzt... Irgendwie. So. Boah, wie der mit der Brille aussieht, ey. Oh, das ist so ein Karte. Und jemand namens Dex stopped by earlier. Wie spielen jetzt ein Quicktime-Event im Pfannkuchen essen? Oh, ja. Teufel. Ah, ist das ein schöner Tag heute. Es ist so schön. Dreh dich mal im Laufen, das sieht so lustig aus. Was? Ich würde dir gerne... Oh, da war... Hast du gerade gesehen? Nein. Da war gerade so ein bisschen was crazy. Na, es gehen jetzt ab. Jawohl. Gehen kommen! Ähm... Laurin... Ja? Ich würde immer sagen, wir cutten das jetzt kurz. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge oder vielleicht gleich wieder. Jawohl. Also, bis denn. Ciao. Ciao. Das war's wieder mit der eiligen Dosis Sandshow 4. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich unglaublich über einen grünen Daumen freuen. Wenn du gar nichts mehr verpassen willst, drück einfach auf das linke Kästchen und abonniere mich dadurch. Außerdem kommst du über den Facebook-Link natürlich zur ultra-offiziellen Facebook-Seite von VascoLP. Dort werden im Normalfall alle LPs gepostet. Wenn du jetzt schauen willst, ob schon eine neue Folge rausgekommen ist, dann einfach auf das rechte Kästchen drücken. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal,... Bis zum nächsten Mal. Gender entfernt. jetøm